Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Sofortbildkameras Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Polaroid Originals 9003. Sofortkameras erleben derzeit ihre Renaissance, weil sie es ermöglichen, Fotos sofort auszudrucken. Polaroid hat mit dem OneStep 2 ein neues Modell vorgestellt. Diese Instant-Videokamera ist besonders ideal für Menschen, die Fotografie zu schätzen wissen und auch nicht nur ihre Bilder auf dem Computersystem konservieren wollen. Die Funktionen der OneStep 2 basieren weitgehend auf den ersten Polaroid-Elektronik-Kameras aus den 1970er Jahren, mit eingebauten Blitz sowie Timer. Das Netzteil der elektronischen Kamera wird über einen integrierten Akku geliefert, der über einen USB-Kabel von sehr komfortabel aufgeladen werden kann. Um ein Bild zu machen, benötigen Sie den speziellen Farbton oder schwarze und auch weiße Filme von Polaroid Originals. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Fujifilm Instax Mini 90. Mit dem Fujifilm Instax Mini 90 Neo Standard haben Sie die Möglichkeit, die schönsten Minuten sofort auf dem Bild aufzunehmen. Diese elektronische Kamera ist etwas größer als die anderen unmittelbaren Videokameras, aber das ist aufgrund der Technologie. Neben mehreren anderen Funktionen bietet dieses Fujifilm-Design zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und einen Blitz. Der Ablauf der Kamera ist einfach und instinktiv. Einfach das Idealmotiv-Programm mit dem bevorzugten Helligkeits-Setup einbauen sowie eine der Auslöser-Releases drücken. Fertig! Auf Platz 3, haben wir die Fujifilm Instax QW-W2. Das Objektiv der elektronischen Instant-Elektronik-Kamera von Fujifilm bietet eine Brennweite von 33,4 mm bei einer Lichtintensität von f2,4. Zahlreiche Aufnahmeeinstellungen werden angeboten. Nach Angaben des Lieferanten kann die leistungsstarke Batterie nicht gewechselt werden. Der Akku wird über den Micro-USB-Anschluss und den im Lieferumfang enthaltenen Kabel von sehr aufgeladen. Neben Bildern können auch kurze Videoclips erstellt werden. Diese können eine maximale Größe von 30 Sekunden haben. Wir haben die Fujifilm Instax QW-SQ20-Kreuzung Instantaneous-Videokamera selbst ausgiebig untersucht. Die Videokamera hat uns überzeugt. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Fujifilm Instax QW. Mit der Fujifilm Instax QW-SQ20-Hybrid-Sofort-Chem überbrückte Hersteller die Lücke zwischen analoger und elektronischer Technologie. Der Charme analoger Sofortknocken ist in diesen Artikel mit den Vorteilen der elektronischen modernen Technologie integriert. Die Aufnahmen können direkt auf Knopfdruck veröffentlicht werden, oder konserviert werden. Das Gadget verfügt über eine Speicherfunktion für ca. 50 Aufnahmen. Der Innenspeicher kann sogar mit einer Micro-SD-Karte vergrößert werden. Die Bilder werden beim Fujifilm Instax QW gespart. 10 Bilder können pro Packung veröffentlicht werden. Die Fotos sind in einer Größe von 6,2 x 6,2 cm ausgedruckt. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Fujifilm Instax Mini 9. Nach einigen Jahren sind die sofort elektronischen Kameras wieder im Trend. Es macht einfach Spaß, wenn man die gefangenen Bilder heute in der Hand halten kann. Die Fujifilm Instax Mini Instantaneous Kamera mit eingebautem Selfiespiegel richtet sich an Menschen, die Freude am Fotografieren haben. Mit ihrem Selfiespiegel setzt sie auf moderne Smart-Geräte. Der Instax Mini 9 ist ein Nachfolger des Instax Mini 8er. Einige Attribute wurden tatsächlich aus der vorherigen Version übernommen, wie die integrierte Linse mit 60 mm. Die etwas niedrige Rate von 1,12,7 wurde ebenfalls beibehalten. Nichtsdestotrotz können Sie sie mit dem eingebauten Blitz ausholen, der eine Vielfalt von 60 bis 270 cm bietet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.